Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf Theominecraft. Wasser des Todes, wer reinfällt ist tot. Ähm, ja, funktioniert ja nicht. Na gut, soll aber funktionieren, denn dieses Video erfolgt auf Anfrage eines Abonnenten von mir, der sagte, hey Theominecraft, wie kriege ich es hin, dass wenn ich zum Beispiel ins Wasser reingehe, ein Command ausgeführt wird und in diesem Fall sollte dann natürlich der Command Kill ausgeführt werden. Wie funktioniert das? In dem heutigen Video möchte ich euch das zeigen und zwar euch den Command Execute ein wenig genauer darlegen. Zuerst geben wir ein Slash GIF euren Spielernamen, dann Command Block, Minecraft Doppelpunkt Command Block, um bürokratisch richtig zu sein. Was wir nun machen können ist zum Beispiel folgendes, wir können eingeben TP, AdP, also Teleporter, den nähersten Spieler, jetzt können wir noch eckige Klaue und das noch ein bisschen genauer eingrenzen, R gleich 3, das heißt der näheste Spieler, der sich im Radius von drei Blöcken um diesen Command Block befindet, so, was bedeutet das hier schon wieder für Zeichen? Das sind relative Koordinaten. So, Minecraft, für alle die Leute, die es noch nicht wussten, ist in einem Koordinatensystem aufgebaut. Wenn ich in diese Richtung gehe, nimmt die Koordinate x zu. Wenn ich in diese Richtung gehe, nimmt die Koordinate x ab. Wenn ich in diese Richtung gehe, dann nimmt die Koordinate y zu. Wenn ich in diese Richtung gehe, nimmt die Koordinate y ab. Und wenn ich in diese Richtung gehe, nimmt die Koordinate z zu. Wenn ich in diese Richtung gehe, nimmt die Koordinate z ab. X ist in diesem Fall, wenn ihr auf die Mitte guckt, dieses wunderschöne Koordinatensystem, was ihr seht. X ist rot, Y ist grün, Z ist blau. Und wenn ihr jetzt mal hier oben guckt bei Block, wir befinden uns gerade bei X bei minus 128. Und wenn ich jetzt in die Richtung gehe, ihr seht, zählt es runter. Jetzt sind wir schon bei minus 18. Und es wird immer höher, immer höher, immer höher. Wir sind schon mittlerweile im positiven Bereich angekommen. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. So, das bedeutet relativ. Ich könnte nun sagen, teleportiere mich genau an diesen Punkt. Und das wäre der Punkt minus 24, 56, 613. Ne, Quatsch, Entschuldigung. Ich muss gerade hier hingucken. Ich gucke ja gerade diesen Block an. Das heißt, hier steht gerade, welche Koordinaten dieser Block hat. Minus 26, 56, 611. So, das könnte ich jetzt hier eingeben. Und jedes Mal, wenn ich dann mich um drei Blöcke den Command-Block nähere, würde ich dann teleportiert werden. Oder ich gebe das hier ein. Das bedeutet, ich soll relativ teleportiert werden. Derzeitig steht dann noch eine gedachte 0 hinter. Die können wir uns Gott sei Dank wegdenken. Wenn ich jetzt hier eine 1 gebe, bedeutet das so viel, teleportiere mich um ein Block zur Seite. Wer hätte es gedacht? Wenn ich eine 1,5 eingebe, was bedeutet das wohl? Teleportiere mich um 1,5. So, Blöcke zur Seite. Also, ich glaube, ihr habt die Idee verstanden. So, warum erzähle ich euch das die ganze Zeit? Heute soll es doch um die Execute-Command gehen. Ihr werdet es gleich kapieren. Also, klickety-klack, funktioniert. Ich werde zur Seite teleportiert. Und auf einmal werde ich nicht mehr zur Seite teleportiert. Ach, ja gut. Ihr seht, ich bin außerhalb des 3-Blöcke-Radius. So, cool. So, jetzt steigern wir uns. Diesmal möchte ich dann zur Seite teleportiert werden, wenn ich mich innerhalb von 3 Blöcke an einem Sheep befinde. So, ähm, Sheep, können wir einen Command eingeben? Nein, wir können keinen Command eingeben. Können wir vielleicht einen Knopf an das Sheep hängen? Nein, geht auch nicht. So, ich muss einmal hier, bitte, liebe Tierliebhaber. Es kommen hier keine Tiere zu schade. Das sind ja alles nicht existierende Sheeps, ne? Du Dummi. So, äh, also ich kriege das irgendwie nicht hin, dass der Command in dem Schaf ausgeführt wird. So, was machen wir? Wir benutzen den Befehl, wie jetzt gedacht, Execute. Execute heißt für die Könner von Englisch unter euch so viel wie ausführen. Ausführen wo? Add e. Add e bedeutet so viel wie jedes, alles. Alles, was es in Minecraft gibt. Add e bedeutet alle Spieler, die gerade auf der Map sind. Alle Mobs, die auf der Map sind und so weiter und so fort. Das wollen wir nicht. Wir wollen es genauer eingrenzen. Also, die eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Typ, Typ gleich Sheep. So, das heißt, ab jetzt wird es nur noch bei jedem Schaf ausgeführt. Gut, dann h, 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 h. So, wieso jetzt schon wieder relative Koordinaten? Ganz simpel, das sagt einfach, wo der Command ausgeführt wird. Wir können auch hier eine 5 eingeben. Zur Erinnerung, 5 war nach oben, also Richtung nach oben, weil da ist das die XY-Koordinate. Jetzt, also jetzt, so wie es hier steht, würde der Command 5 Blöcke über dem Schaf ausgeführt werden. Nein, wir wollen, dass der Command natürlich in dem Schaf ausgeführt wird, also gehen wir da nichts ein. Juhu. So, was soll dann passieren? TP, add p. Mhm, wunderbar. Cool. So, jetzt müssten wir noch einen Spieler auf dem Server engagieren, den wir mit Mindeststundenlohn bezahlen, der die ganze Zeit hier den Schalter rauf und runter legt, weil der Command die ganze Zeit ausgeführt werden soll. Da wir uns aber leider noch nicht in der 1.9 befinden, in der sowas mit nur einem Knopfdruck hier unten, wo jetzt gerade Cancel steht, realisierbar wäre, können wir folgendes machen. Wir legen hier ein Command, nee Quatsch, ein Comparator hin, machen das, machen das, machen das, machen das, einmal draufdrücken, dass hier das leuchtet, machen das, machen das, machen das und stellen hier den Schalter hin, klicke die Klack und es blinkt. Juhu. So, wichtig dabei ist, dass hier 1, 2, 3, 4 Blöcke Redstone ist. Das heißt, würdet ihr den Command-Block hier hinstellen, würde das nicht funktionieren. Es müssen 4 Blöcke sein. Fragt mich nicht, warum, ich erkläre es euch auch eh nicht. So, Command wird die ganze Zeit ausgeführt. Das Schaf teleportiert den nächsten Spieler, der im Radius von 3 Blöcken ist, irgendwo hin. Ja, ist jetzt ja gerade nicht möglich, weil kein Spieler gefunden wird, aber wenn ich jetzt zum Schaf hingehe, Juhu, tolle Schaf, es teleportiert mich zur Seite. Ihr seht, es funktioniert, wir schalten das ganze Ding aus und ja, ich kann mich dem Schaf bedenkenlos nähern. So, gut, jetzt müssen wir es noch irgendwie hinkriegen, dass das Ganze im Wasser ausgeführt wird. Das Problem ist nur, wir können jetzt ja leider nicht hier eingeben, yeah, Nachrichtenfehl. Wir können hier leider nicht gerade eingeben, Typ gleich Water. Das würde leider nicht funktionieren. Hm, ja, was machen wir? Wir können nun den Befehl bei jedem Spieler ausführen. Also add a, allen Spielern auf dem Server. Der Befehl ist dann selbstverständlich, nicht teleport mehr, sondern einfach kill at p. So, also, der Befehl wird nun bei jedem Spieler ausgeführt und tötet den nächsten Spieler. Da der Befehl genau in mir ausgeführt wird, ist natürlich der nächste Spieler, ich selber, was natürlich Sinn ergibt und ich sterbe durch diesen Command, yay. Super, aber ich soll ja nur dann sterben, wenn ich im Wasser drin bin. So, es gibt nämlich eine Erweiterung des Execute Commands, der nennt sich da Detect. Detect, also finde etwas raus, wo. Hm, hm, hm. Also, nun kann ich angeben, wo genau etwas herausgefunden werden soll und dann was herausgefunden werden soll. Selbstverständlich ein Block. Detect kann nämlich nur Blöcke herausfinden. In diesem Fall Minecraft Doppelpunkt Water. Dann müssen wir noch einen Zustand des Blockes angeben. Ich empfehle euch da immer 0 anzugeben, wenn ihr nicht wüsst, was das bedeutet, gebt immer eine 0 dort hinten an. Und dann kommt euer Command. Was für ein komischer Syntax. Also, nochmal. Execute. Bei allen Spielern. Wo? Im Spieler selber. So, jetzt könnte theoretisch schon danach euer Command kommen, aber ihr könnt jetzt noch reinschreiben. Detect. Finde heraus. Wo herausfinden. Was herausfinden. Welchen Zustand herausfinden. Und dann kommt euer Command. So. Mit dem wo herausfinden könnt ihr zum Beispiel Folgendes machen. Ihr könnt zum Beispiel Detect Stone eingeben und gebt dann einfach ein, zum Beispiel, das hier. So. Das bedeutet, jetzt würde er keinen Stein finden. Jetzt würde er keinen Stein finden. Jetzt würde er auf einmal einen Stein finden, weil es wird, wie es hier im Command steht, hier 1. Also, x plus 1. Nach einem Stein gesucht, der genau um x plus 1 neben mir steht. Also, ich stehe hier. Ein weiterer Stein. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. So. Das brauchen wir allerdings nicht im Wasser, denn sobald ich im Wasser bin, bin ich ja sowieso im Wasser. Das Wasser ist ja in mir drin und ich bin im Wasser drin. Das bedeutet, ich kann getrustlos prüfen, ob sich Wasser genau in mir befindet. Und dann soll der Kill-Command ausgeführt werden. Ihr könnt selbstverständlich auch dort ein Teleport-Command ausführen oder so. Aber egal. Jetzt machen wir mit Kill. Einschalten, fertig. Und nun ist es wirklich Wasser des Todes. Ich spring rein und bin natürlich nicht tot. Doch, ich bin tot. Jo, warum bin ich gerade nicht gestorben? Hm. Das hat was damit zu tun, dass wir tatsächlich gerade noch einen kleinen Fehler gemacht haben. Denn ich bin gerade davon ausgegangen, dass... Ein Spieler in Minecraft ist ja zwei Blöcke hoch. Seht ihr sicherlich. Ich bin gerade davon ausgegangen, dass der Command hier unten bei meinen Füßen ausgeführt wird. Entschuldigung. Was natürlich Bullshit ist. Der Command wird tatsächlich hier ausgeführt. Das heißt, wenn ich jetzt so im Wasser bin... Na, solange ich schwimme, ist alles gut. Ich muss erst komplett untertauchen. Das heißt, ich muss jetzt hier noch eingeben. Minus eins. Weil der Command soll ja direkt bei meinen Füßen ausgeführt werden. Dass sobald meine Füße Wasser berühren, ich dann erst sterbe. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Also, Maschine wieder an. Und wir springen ins Wasser und sterben. Juhu. Mission complete. So, ich hoffe, ich konnte euch in dem heutigen Video ein wenig den Execute-Command erklären. Es ist ein sehr komplizierter Command. Man kann damit verrückte Sachen machen. Ja. Ihr könnt auch Executes im Execute machen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel machen... Wenn ich im Wasser bin, soll bei einem Spieler, der am Land ist, ausgeführt werden, ob dieser Spieler auf Gold steht. Und wenn dieser Spieler auf Gold steht, sollen alle Spieler auf dem Server sterben. Ja, Mist. Ich laufe die ganze Zeit ins Wasser rein. Das ist nicht gut. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, wie es funktioniert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.